Irgendwelche Ideen bezüglich der Meute? Da drüben ist der Glockenturm. Ich hatte schon Angst, du würdest nicht mitkommen. Na gut, dann gehen wir mal wieder. Und gehen einmal auf diese Seite hier. Farbe. Einen pferen Mann hat einen Spinn genommen. Ja, sieht aus wie, wer da oben da war, das Zeichen ging über den Teakettel. Leiter. Oh, mitnehmen. Ich weiß nur nicht wohin. Oh, Glockenturm. So also. So. Wups. Nett. Also, Lee. Was ist das Schlimmste, das könnte passieren? Ich werde wieder gebeten? Also, wir haben uns dann entschieden. Ja. Was hat sie gesagt? Kletterer zum Glockenturm. Haha. Ich seh schon, wie fliegt da bestimmt runter. Oh, blöd. Hörst du? Uiuiuiuiui Bam! Hörst du? Hörst du, Mann? Ja, ich bin gut. Tja, ich bin gut. Tja, einen anderen Weg raus. Klappe öffnen. Es ist verlockt. Hörst du? Der Weg in hier ist verlockt! Springen? Sie kommen diesen Weg! Töne von ihnen! Jesus! Jetzt komm hier! Tja. Ich glaube, ich bin jetzt der Glöckner von Notre-Dame. Ich glaube, ich bin jetzt der Glöckner von Notre-Dame. Ich bin zurück! Du kannst es machen! Es ist nicht so weit! Du hast es! Du hast es! Mit einem schönen Anlauf. Anlauf habe ich gesagt. Ich bin jetzt der Glöckner von der Läcke. 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 Um. Um. Was machst du? Du bist so verrückt. Der Glöckner ist weg. Der Glöckner ist weg. Es ist weg. Es ist weg. Ben, was passiert? Sie waren für mich in hier. Wer? Vernon, seine ganze Kruppe. Was Clementine mit ihnen? Nein. Er war schiefst. Sie haben ihn verloren. Sie haben ihn verloren. Sie sind weg. Ben, du bist nicht wertvoll. Wie fühlt sich Lee? Du kannst nicht den Thema. Ich kann nicht glauben, du hast sogar einen Kampf gemacht. Ist allein nicht gewesen. Gegen, weiß ich nicht wie viele. Omid. Kannst du über die Fenster gehen und uns ins Hintergrund bringen? Wir sollten nicht in der Öffnung sein. Ja. Das ist nicht passiert. Alles ist so verdammt. Clementine ist noch da draußen. Also bekommen wir Clementine und dann was? Wir kommen aus den Städten. Ich bin fertig mit den Städten. Wir gehen in die Lande und machen es. Ja. Das sieht aus wie eine gute Idee für mich. Niemand hat dich gefragt. Du hast es nur gemacht. Du hast es nur gemacht. Geh nicht mit mir schiefst, Ben. Chill. Erinnerst du, dass wir ein Boot hatten? Ein Boot? Geh über ihn! Jeder, bleibt es zusammen. Nichts hat sich verändert, hat er? Nichts hat sich verändert? Ich meine sofort. Wir bleiben auf dem Kurs. Nicht auf sich. Ja, chill aus, Kenny. Hm. Wir können das in der Lande machen. Ben, ich versuche Gott. Was tun wir ohne ein Boot? Raus aufs Land. Such dir einen kleinen Ort. Hol ein anderes. Raus aufs Land. Geh aufs Land. Geh aufs Land. Mit Städten, Städte und Böden zu lang. Geh sie raus. Geh sie raus. Wie sicher, wie du kannst. Okay? Schau. Ich versuche mit dir. Ich denke, draußen in der Lande ist das safestste Ort. Aber du bist noch nicht tot. Also legst du einen Pin in das. Okay? Na ja, lang werde ich es aber nicht mehr machen. Ich sage nur, wir sollten alle chillen. Nicht nur dich. Chill? Bandits? Hey, chill. Hier sind die Pille. Vernon, chill. Hier ist unser fucking Boot. Das ist nicht meine Schuld. Ich kann nicht auf eine Sache, die passiert ist, die irgendwie nicht deine Schuld. Lee sollte dich in Crawford verlassen. Fuck you, Kenny! Oh. Warte, Leute. Nein, lasst ihn. Ich bin so, so, so sorry über Katja und Duck. Ich bin. Und ich weiß, dass ich mich verletzt habe. Aber stopt mich an, und stopt mich an, dass ich sterbe. Nein! Du wisst, wie sie sterben. Du sagst, gut, gut. Ich habe nie gesehen, meine Familie. Meine Eltern, meine kleine Frau. Du verstehst du das? Ihre Familie ist weg, aber zumindest du sie sie verloren hast. Ich habe nie gemacht. Ich habe nie zu Hause. Sie könnten, oder leben, oder walkers, oder schlimmer, und ich weiß nicht. Also, gib mir eine fucking Pause. Tja, wo er recht hatte, hat er recht. Oh shit, können wir kommen? In das Haus! Nein. Wir können das, was du findest. Wir tun das. Ben! Geh alles, was du kannst, gegen die Türs und Fenster. Ich habe es. Omi! Was ist das? Vorste Türs! Oh! Das ist ja geil! Lass mich da in der Ruhe da! Ah, pfui! Lea, hilf! Kacke deine fucking Arme aus! Es muss ein Knapp oder was da drin sein! Geh! Ja, nimm das! Ja, 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 komm, komm, schnell! Was? Wo? Da! Jetzt was? Bereiten wir uns über einen Kampf vor! Get ready to fight! This place seems sturdy to me. I think we're fine. Hahaha! Hahaha! Sturdy my ass! Get upstairs! Go! Hallo! Oh, Siras! Dich kenn' ich doch! Und... 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 Du... Und... 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 Wir können uns nicht bleiben, wir können zu sparen. Wenn wir ein Schwerger sehen, dann gehen wir nach. Wie viele Schwerger haben Sie? Drei! Drei. 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 Ich bin leer. Es ist noch eine gebetetische Öffnung! Heppa! Schnella! Scheiße! Scheiße auf die Pistole! Hohohohoho! Und tschüss! Puh! Hier, ähm, ich bin nicht gut mit diesen. Du hast ihn da unten. Das könnte besser sein. Alle, okay? Lee ist noch gebeten. Shut up. Okay. Lass uns hier raus und weitergehen. Die Kinder sind richtig. Wir müssen weitergehen. Wir müssen weitergehen. Haben wir eine Chance, dass wir Clem mit diesen verdammten Thiefen bekommen haben? Ich weiß nicht. Vielleicht. Wir gehen nicht durch diese Schmerzen. Keine 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 Schmerzen. Dixon, Kent III. Industrie... Meade? Krista! Ich versuche nur die Schmerzen. Wir brauchen Lösungen, nicht schuldige Schmerzen. Ich bin sorry. Es muss einen anderen Weg geben. Es muss einen anderen Weg geben. Keine Ideen, dann. Es muss noch einen anderen Weg geben. Check die Schmerzen für einen anderen Zugang. Ein Event. Alles. Oder wir warten, um das Haus zu entfernen. Und auf der hohen Grund. Woah, Lee. Bist du okay? Ja, ja. Ich... Ich muss... Ich muss... ... versuchen Sie, meine Eltern zu behalten. Lee... 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 Willkommen... ich schremer! Ich wenn ich schaue. Lee, HIM! Sie hörten? Ja, ich marquee. so. Was das bedeutet? Sie hat im Hotel. Knäubliche Eltern standen. Er hat uns noch nicht gehalten. Ja. 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 Wir müssen nachdenken, mehr als Clementine zu denken, wenn es um unsere... ...urgenzies. Was bedeutet das? Wie sind wir hier raus? Das ist das ganze Punkt. Wir wissen nicht. Okay, jetzt ist dein Leben auf das. Wie sind wir hier raus? Ich weiß nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe. Stopp' es. Wir können nicht panisch. Wie lange wir haben? Was? Ich... Ich weiß nicht. Wir sollten es aufbauen. Wir sollten dann eine Chance haben. Nein, du hast nicht. Und jetzt ist es zu lange. Ich denke, wir müssen uns... ...ein adultischen Gespräch... ... über was passiert, wenn Lee einen anderen Spill nimmt. Hey, schau mal. Wir können hier ein Larry schauen. Wer ist Larry? Es geht nicht. Er sieht gut für mich. Ich denke, es wäre besser... ... wenn wir nur mit Klemm zu kommen. Wir werden sie nicht gut machen, wenn Sie uns attackieren. Das wird nicht passieren. Wie wissen Sie das? Leute, ich weiß nicht, was passiert... ... bevor wir Omeet und ich aufbauen. Aber wir können diese Brücke überraschieren. Lee, ich bin nicht aufbauen. Aber wie ist das nicht ein Ding? Wir sind auch so großartig über Clementine... ... dass wir uns vergessen, was für dich passiert ist. Ich bin sehr glücklich, dass ich mich für mich schaue. Für Clem. Das ist einfach toll. Ich bin sehr glücklich, Lee. Das wird aus der Hand. Du wirst mir hören. Wir werden sie zurückkommen. Wir werden sie zurück, mit oder ohne dich. Weil ich nicht alles verletzt, um zu sterben, weil wir dumme. Dann töten mich, du scheiße, okay? Don't even fucking hesitate! Ich werde.